Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Serious Sam HD The First Encounter. So, dann mache ich da weiter, wo ich letzt mal aufgehört habe mit den geheimen Level Mondberge und ich würde sagen, Attacke. Kommt noch was? Ah, da kommen einige Gegner. Okay, das war's. Ne, wir können einmal hier voll was nachladen und dann, würde ich mal sagen, Attacke. Ja, das ist so. Ne, sonst ist hier nichts, außer Abgrund, sehr viel abgerufen. Oh! 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 ��고ライ settled. Jetzt geht das weg. Jetzt geht das weg. Jetzt geht das weg. Zum Verpasst. Eigentlich bin ich schnell. Jetzt geht das weg. Jetzt geht das weg. Dann kommt es weg. Ah, komm her. Ist das gelöst? Ja, das ist weg. Das ist praktisch von mir. Wir haben gleich einen interessanten Hintergrund. Das ist praktisch, wo der Nil beginnt. Der Nil ist der Nil, der eigentlich ist ein langer Flugzeit. Das ist der Beginn von Nil. So, der Nil ist weg. Ja... Entschuldigung, das ist der hier. Dann... Kaffee Was ist das? Schüke aufsteig. Das war's wichtig. Ist das nicht mehr so, wie wir das? Wie kommt die Weise? Wie kommt die Reaktion? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Oh! Oh! Was ist so? Was ist das? Was ist das? Ah, ein bisschen nach. Das ist ein Wettbewerb. Oh 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 Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für heute. Die Steine ist nicht so, dass ich das nicht so mache. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zu einem Stabfahrt-Tufel. Vielleicht für die Stabfahrt-Tufel. Die Stabfahrt-Tufel. Die Stabfahrt-Tufel. Und die Fahrt-Tufel. Die Stabfahrt-Tufel sind alle auf amigo von Zhen und Verstözen. Klingen schaffen dieachen damit es sch heights. Die Stabfahrt ist in der Unterzeit wenn die verwindelte Barбу Larsen leerame. Die Stabfahrt-Tufel sind bis in der Unterzeit. Ja, das ist ein sehr guter Fahrzeug. Weiter geht's. Ja, sehr schicker Wasser. Jetzt geht's auf. Und noch wer? Ich glaube, er ist da alt. Warte ab. Warte ab. Warte ab. Warte ab. Warte ab. Warte ab. Das war die geheime Lüge. Ziemlich nett gemacht. Und zwar für diesen äh... Gartensticher. Und dann Paramount. Ja, sei mich klar! Du そcher heute immer wieder! Längst du zu melts! Oh! U äh! GIDER DIG! Was ist das? Ich denke, hier liegt das so, wie es gut geht. Hier ist der kleine Tiefel. Hier ist der Schuss. Und hier ist der Gehütung. 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 Super gesund halt noch mit. Das Paket braucht ja gar nicht. Toll. So. So. Hi. Hi. So. So. Oh oh oh. Kyhej. All one of them. Oh. What's with him? Find that Evet. Dagmar. Ich bin so knapp. Ich bin so knapp. Ich bin so knapp. Okay. Ich habe einen Tügel vor. Hahaha, okay. Ja. Ooooooh! Oh! 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 Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Okay, dann... Ich bin der Fall. Okay. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Nein, alles gut. Ich bin der Fall. 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 Dann bin ich mir jetzt nicht mehr zufrieden. Dann geht's hier weiter. Ich bin der Fall. Und ich würde sagen, fertig mit Mondberge. Das nächste Level heißt Oase. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Jetzt geht's hier hin. Ich glaube... Das war es dann auch wieder fürs erstes. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Level Oase und da werde ich halt versuchen das Wasserelement zu bergen. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch wieder fürs erstes. Ich hoffe es hat euch gefallen das Ganze und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.